Wir haben ja bei der letzten Mission auf der Jagd, die ist abgeschlossen, in dieser Mission war ja dieses Ziel, dass wir diesen Bären jagen sollten und natürlich haben wir ihn auch gefunden in der letzten Folge und auch getötet und wir haben auch eine Dorfbewohnerin dazu bekommen. So, jetzt schießen wir das hier mal weg, ab in das Wasser hinein, so suchen, Knochen auch voll und jetzt schauen wir einfach mal, ob der Bär eigentlich noch dort liegt, wo wir den eben auch getötet haben. Ja, er liegt immer noch hier, das war der, das war der Bär, ist sehr groß, so, was wir in dieser Folge heute jetzt machen, ist dies, ich gucke einmal kurz auf die Karte, wir sind ja im Moment hier und wir werden jetzt hier rüber gehen, unbekannter Ort, erkunde dieses einzigartige Ort und entdecke das Land von Eurus, Belohnung XP. Okay, danach gehen wir hier hin und das ist unser Ziel, Peisca Fluss Außenposten, Peisca. Dort gehen wir gleich hin, aber zuallererst gehen wir dort entlang, dort nach oben und schauen uns das einfach mal zusammen an. So, nehmen wir noch das hier mit, einmal Alderholz, so und dann gehen wir hier rüber. Okay. Aber hier, was ist denn das? Okay, das sind Affen. Wir schwimmen mal kurz, weil hier ist noch was. Hier im Wasser. Die versteckte, die versteckte Hand, die nehmen wir direkt auch auf diesen Weg mit. So. Und ich sehe auch, dort passiert jetzt was. Jetzt müssen wir mal gucken, was da so passiert. Kill ihn, kill ihn. Komm, beiß ihn. Komm, jag ihn. Jag ihn. Wo geht's dir denn hin? Hier kommt ein Affe. Hau ihn. Affenhäuten. Das ist jetzt der erste Affe. Affenfell. Komm mal her, Mann. Lass mich meinen Wolf nur ruhen. Bestie heilen. So. Jaguar haben wir jetzt getötet. So, gehen wir mal weiter. Oha. Das ist ein Schwan. Das ist ein Schwan. Wo ist er? Oder was ist das? Oha. Oder was ist das? Das ist ein Schwan. Okay, das ist ein fremder Wolf. Den lassen wir jetzt einfach mal. Oha, wie groß der ist. So, wir gehen weiter. Hier ist ein Fragezeichen. War da nicht ein Schwan? Ich muss mir das Video selber mal reinziehen. Nicht, dass ich mich jetzt vertue. So, das haben wir auch. Aber hier liegt noch was. Ah, das ist zum Hochziehen. Okay. Dann gehen wir mal zum Fragezeichen. Schauen wir uns einfach mal das an. Was jetzt so passiert. Ich bin gespannt. Trockenfischlager. Finden wir bestimmt Fische hier. Hier ist was? Fleisch. Feuerstein. Lass mich doch mal raus hier. Weg mit dir. Hier sind Fische. Suchen. Tasche für Gegenstand voll. Mehr gibt es hier jetzt auch nicht zu entdecken. Okay. Dann gehen wir jetzt weiter. So. Rotblatt nehmen wir auch mit. Auch Gegenstand voll. Machen wir schöne Kopfschüsse hier. Dann kriegen wir extra XP Punkte dafür. Das ist gut. Okay. Das ist total gefährlich hier. Oh, hier. Vögel. Jaguar. Erdfiltschwein. Oh. Hey, bleib stehen. Hey, hallo. Misch dich nicht rein hier. Wir müssen schnell essen. Mein Wolf ist alleine. Das ist jetzt allein. Komm, schau dir auf den Kopf, Alter. Komm her. Piss dich. So. Was hat denn der dabei? Feuerstein. Das ist gut. Holzpfeil. Oh, oh. Es wird dunkel. Geht auch weg. Komm her. So, jetzt haben wir nur noch 18 Fleisch. Einen haben wir ja abgegeben. Ach, hier. Hier runter müssen wir. Na, bin eh voll. Und dort müssen wir jetzt hin. Ne, hier rüber. Hier ist der Weg. Wir schauen uns das einfach mal mit den Adlern an. Das ist sicherer. Okay. Also. Also, da ist ein Gegner. Da ist ein Gefangener. Da oben ist auch noch einer. Okay. Let's go. Weiß Bescheid. Den packen wir uns mal. Dann nervt er nicht so. Okay. Dann gehen wir mal angreifen. Ein bisschen leise sein. Der ist mit der Tröte dort. Das ist nicht gut. Weil. Wenn wir jetzt den nicht zuallererst töten. Dann haben wir ein Problem. Dann ruft er. Noch mehr Leute. Deswegen müssen wir ihn jetzt zuallererst töten. So, wir bücken uns jetzt einfach mal. So. 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 Peiska plus Außenpost. Oh, der hat den Drehmann. Okay. Action. Ich hau euch alle auf die Fresse. Komm her. Komm her. Okay. Ich hau euch auch auf die Fresse. Warnung. Gegner. Hier wurden gerufen. Okay. Da hat noch welche gerufen. Ich bekomme jetzt noch welche. Das wird spannend. Oh, mein armer Hund. Müssen wir kurz mal essen. Also, jetzt müssen wir kurz Pfeile herstellen. Oh, das wird knapp. So, Hund heilen. Wo ist jetzt der? Keiner rindt weg. Oh. Komm. Ich mach auch weg. Der andere ist da. Komm her. Nein. Wir haben es geschafft. Also, wo ist denn mein Speer? Hier. Dort liegt er. Jetzt müssen wir erstmal alles absuchen hier. So spannend. Hier liegen überall welche. Ähm... Hast du Hunger? Hast du Hunger? Nein, hast du nicht. Okay. Gut. Dann Farben war. Aber hier gibt es echt viel zu holen. Hier sind Fische zum Beispiel. Was ist das denn hier? So, was hat die denn dabei? Hartholz. Das ist gut, wenn wir farben. Die haben gute Sachen dabei. Das hat sie. Oder der. Oder wie auch immer. Hartholz. Das brauchen wir. Hallo, hallo, hallo. Was ist denn hier drin? Suchen. Bin voll. Lass mich raus. Auch voll. Aber hier war der Gefangene drin. Der wurde ja freigelassen. Indem wir halt das Gebiet erobert haben. Jetzt gucken wir einfach mal. Was gibt es denn hier drin? Gar nichts. Ich dachte schon eben, das ist eine Höhle. Aber das ist eine Hütte. Okay. Hier liegt was. Belohnungslager öffnen. Okay. Aber auch nichts Besonderes dabei. Fleisch haben wir genug. Okay. So. Hier ist aber was. Das verstehe ich nicht. Hä? Okay. Jetzt überlege ich gerade. Ähm. Da ist ein Gegner. Hier liegt nur einer. Ja. Nee, lass in Ruhe. Das sind meine Gegenstände. Wenn ich mal Platz hätte. Hier ist auch noch. Auch voll hier in der... Hier einmal rum. Ach, hier. Na, stehst du? Okay. 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 Jetzt durchsuchen wir mal das Lager, wo man schlafen könnte. Klettern wollen wir jetzt nicht. Hm. Also hier drin ist... Nix. Aber hier hinten ist noch was. Hier. Hier drin. Hier. Oh. Das ist cool. Hier unten ist noch eine Hütte. Voll überschwemmt. Geil gemacht. So. Hier liegt auch noch einer. Wir sind immer noch nicht durch hier. Den nehmen wir auch noch mit. Hast du was dabei? Nö. Nix besonderes. Nein, nicht Fackel anzünden. Ja, warte mal. Das wollte ich sowieso anzünden. Einfach nur so. So. Suchen. Hartholz. Ach, hier hinten. Hier hinten ist auch noch was. Hier einmal rum. Hä? Wo könnte hier was sein? Wir gehen einfach mal runter. Komisch. Ach, hier. Ah, okay. Anzünden. So. Jetzt bin ich gespannt. Oh, oh, heiß, 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 heiß. Es brennt ohne Ende. Wir müssen ein bisschen warten. Weißer Wolf. Pass auf. Weißer Wolf. Oh, ey. So bewegt er sich nicht. Ach, er stirbt gleich. Ach, er stirbt gleich. Geh da hin. So, hier. So, hier. Tapirhaut. Keine Ahnung, was es ist. Werden wir noch erfahren. Tapirhaut. So, da liegt immer noch eine Leiche. Rotblatt. Mal gucken, ob wir jetzt was... Ne, wir sind voll. Aber hier liegt noch einer. Da. Hartholz. Perfekt. Das brauchen wir. Und jetzt gucken wir mal, wo wir uns hinlegen können. Ach, hier können wir uns hinlegen. Also, wir haben jetzt... Bevor ich mich jetzt hinlege... Oh, ich fuckle hier alles ab. Oh. Ja, super. Die Aussicht übrigens einfach nur... Episch. Jetzt schauen wir einfach nur mal auf die große Karte. Also, das habe ich jetzt erobert. Und, ähm... Jetzt muss man halt noch mal überlegen, was wir danach machen. Also, hier. Weniger helfen, Bestie töten. Das können wir natürlich auch machen. Das heißt, wir müssten halt hier rüber schwimmen. Dann dort. Und dann gehen wir nochmal hier hin. Und von dort aus gehen wir vielleicht hier hin. Müssen wir gucken. Vielleicht gehen wir auch hier hin. Weil hier müssen wir auch noch überall hingehen. Da kommen wir auch noch hin. Wir könnten auch natürlich auch... In der nächsten Folge wieder zurück in das Dorf hinein. Um zu gucken. Hier zum Beispiel... Belohnungen. Ja, immer. Die Jägerin ist ja auch. Und so weiter und so fort. Da werde ich mir nochmal in Ruhe Gedanken machen. Was wir dann in der nächsten Folge so machen. Also, hier gibt es schöne Tiere anzusehen. Hier auch. Bestimmt aggressiv und extrem schwer. Wohl Nashorn. Was für ein Nashorn. Ja gut. Also, wir haben heute viel geschafft. Muss man sagen. Ich drehe mich um. Und wünsche euch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ich lege mich jetzt erstmal schlafen. Ich ruhe mich jetzt erstmal aus. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald. Tschüss oder nicht. Tschüss. 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 Grüß.